könnte sein theoretisch hier noch ein fenster machen ich bin mir auf der seite noch nicht so sicher wie das mal hier sein soll wie das am ende ausschaut weil eigentlich könnte man es auch so lassen aber ich weiß es nicht ich weiß es nicht vielleicht versuche ich mich jetzt hier mal einen stützen dass wir das mal hinkriegen mal schauen oder kann man das so lassen aber den krieg ich ja nicht weg kann ja nur nicht mal irgendwie an dran setzen das geht ja nicht mal ich muss was probieren ist auch nicht so das ware na ich will hier keine armen mann wieso geht er nicht weg wenn ich hier eine stütze einbauen kann ich ihn dann hier noch eine stütze einbauen ne ne das mit kaputt haben funktioniert leider nicht dann bricht halt alles andere ein weil das hat schon sinn dass ich den nicht abbauen kann das spiel sieht ihn wahrscheinlich gerade als richtige stütze für irgendwas da oben und sobald ich den weg schlage würde das alles einbrechen das war ja beim dach auch so also leider geht das nicht ich sage ihm jetzt mal dass er holz sammeln sollen auch wenn ich weiß dass es nichts bringt aber lasst es doch offen sieht man mehr vom see ja also offen lassen will ich sowieso aber ich will nur dass sie die balt sind ergeben dass sie halt symmetrisch sind mhm ja 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 na na Weiß ich alles noch nicht. Ich weiß es nicht. Also hier brauchen wir auf jeden Fall mehr Fackeln. Ja, ich habe keine Stickies mehr. Es fehlt wirklich nur noch die Stütze hier. Wenn ich die irgendwie hinkriege, dann ist es eigentlich absolut perfekt. Aber mal gucken. Haaa. Ich meine, zum Weiterbauen müsste ich jetzt erst mal warten, bis der See gefroren ist. Habe ich hier gerade Pferdviren hören? Habe ich hier. Das ist eigentlich schon echt ziemlich cool geworden bis jetzt. Ich überlege gerade, ob wir auf die andere Seite der Insel marschieren. Ich weiß es nicht. Also wir können jetzt natürlich hier noch weiter rumbasteln und mal gucken, ob es jetzt bald schneit. Und der See dann zu ist oder wir gehen los und erkunden wieder. Und machen den Bunker, wenn wir da reinkommen sollten. Was wir eigentlich doch schon sehr sicher können. Ich repartiere was. Da fällt mir noch was ein. Ding, wenn. Wir gehen los. wagten. Wir gehen los. Mit so einem Moment Geduld, ich habe einen Plan. Ah! Haha! Komm schon. Da wartet ein weiterer Kopf für die Leuchte, oh mein Gott, true. Hätte ich wegen dir fast ein Stück aus meinem Boden geschlagen. Na? Das ist doch tausendmal geiler. Auf der anderen Seite machen wir das auch noch. Den Kollegen erstmal der Stein hier. Aber der stört nicht mal. Feuer? Da hinten. Direkt aggro. Fehlt uns ja auch nur noch einen neuen Schädel. Da komm. Junge. Gewitter auch mega schön. Würde ich gerne bei Nacht sehen, wenn wirklich alles dunkel ist und dann ist ganz kurz hell, wenn ein Blitz kommt. Ich glaube, das wäre mega geil. 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 Die Augen. Die Augen. No. Oh, ist das ekelhaft. Okay, geil. So. Also verstehst du schon, ne? Boah, ist das ekelhaft. Okay, geil. So. Der Stuhl ist fertig. Okay, jetzt ist noch ein bisschen ein Kampf, da muss man noch gucken. Ich darf hier noch nicht weitermachen. Leider. Aber. Es wird. Jetzt machen wir erstmal hier drüben. Genau. Das muss weg. Du musst mal ganz kurz weg. Die Spitze muss mal hier hin. Dann brauchen wir hier einen. Dann muss die Fackel noch kurz runter. weiter. Einfach mega gut. So. Halber. Hier hin. Jetzt kann er wieder weg. Dann wird das hier rein tun. Und schon ist das Geländer in kürzester Zeit repariert. Und ich bin happy. So. Das muss hier auch noch in die andere Richtung. Zoom. Der hier so. So. Den könnte man rein theoretisch entfernen, oder? Ja. Wenn der senkrechtig raus wäre, dann ist das alles so mit zweier Abständen. Virginia ist wieder da. Schön. Sehr, sehr gut. Oh mein Gott. Das muss ich duplizieren, warte? Oder halt reproduzieren. Der Block wird nur da nass, wo er im Regen liegt. Das ist absolut dynamisch. Ist das gut? Ich meine, es ist einfach nur ein Zirk. Aber er funktioniert. Und zwar richtig gut. Geil. Okay. Geländer hier ist repariert. Jetzt haben wir auch überall schön diese zweier Abstände, ne? Das funktioniert jetzt einfach mal. Wie ist denn bei dir? Kann man dich jetzt angucken? Ja, ne? Im Regen ist wieder alles in Ordnung. Oh. Guck mal. Das erste Mal, dass wir uns richtig angucken können, wenn es regnet. Mitkommt. Nein. Jetzt nicht. Jetzt nicht. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Oh man. Oh. 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 Was war das gerade? Mhm. Man weiß es nicht. Mhm. Hier fehlt noch einer. Ich finde, das wird ziemlich geil. Da sammelt sich Wasser. Yes, man. Und da bricht sich sogar das Licht drin. Da sind so kleine Regenbögen. Also weiß ich schon, so einfach ganz normale Lichtbrechung. Wird aufzuregnen. Wie spät ist es? 16.57 Uhr? Okay. Ja, I don't know. Also wir könnten jetzt wirklich mal sagen, dass wir kurz schlafen gehen und dann, wenn der Tag angebrochen ist, dann marschieren wir los und gucken, was da drüben in dieser Höhle ist. Oder halt in diesem Bunker. Das wird einfach mal rübergehen. Es ist so schön. Na, Virginia? Bist du ready? Calvin, der Checker, denkt, er ist der Boss anscheinend. Ich glaube, du musst ihm zeigen, wer auf dem Thron sitzen soll. Ja. Wo ist er denn? Man, er arbeitet ja auch hart. Wo ist er denn? Calvin. Calvin, mein guter. Wo bist du? Okay. Er wollte uns ein Zeichen geben. Da hinten läuft er. Er dreht seine Kreise und läuft wieder nach unten. Wegfindung der nächsten Generation. Ich helfe dir, Calvin. Guck mal, ich nehme dir die, die ganz weit unten gelandet sind, nehme ich mal mit, ne? So. Ja, dann machen wir das, würde ich sagen. Oder gibt es irgendwie Gegenstimmen, die meinen, ne? Also ich habe natürlich immer noch dieses Ding, dass ich halt nicht irgendwie durchrushen will. Aber ich glaube, wir rushen nicht, wenn wir da jetzt hingehen und das mal angucken würden. Ich glaube, das wäre schon okay. Oh, was ist denn mit meinem Ohr? Einmal pro Stream, Bunker ist auch eine gute Balance. Ja, es kann aber auch passieren, dass dann einfach mal so kommt, dass wir keinen Bunker mehr machen, weil halt schon alles erkundet ist, sondern wirklich nur noch irgendwie bauen und im Wald rumherschauen. Schon wieder? Nein, 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 nein. So, äh, speichern. Oh nein. Der perfekte Moment. Ja. Nicht so gut, ha? Ha? Bleib mal liegen. Virginia. Sie hat mich umbringen können. Ich danke dir. Erstmal eine Runde waschen, ne? Genau. Hier ist die drauf. Das wäre nicht so schlimm. Da machen wir uns gleich auf. Ich meinte es auch eher in puncto einem Bunker pro Stream, damit es nicht mehr, äh, nicht mehr werden, was dann zum Durchrushen wird. Ja, zum Durchrushen wird es sowieso nie werden. Also, das ist gar nicht mal ein Playstyle. Diese Augen, ne? Dass sie nicht mitschrumpfen. So, Schädel. Dann platzieren wir den mal. War aber auch nur einer, ne? So eine Vorhut. Hm. Diese Ecke hier. Ich weiß auch nicht, was man damit machen soll. Also, wir haben echt nicht viel Platz in dem Haus. Das muss man einfach sagen. Es schaut von außen echt groß aus, aber... Ich meine, hier könnte man Regale dazwischen stellen rein, theoretisch. Aber ich will ja hier zum Beispiel einen Übergang machen. Wo wären das? Und die Mitte mal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ja, toll. Es gibt keine genaue Mitte. Irgendwie so, dass man vielleicht einen Doppelgang dann sogar macht, damit der Monk auch befriedigt ist, der Innere. Weiß es nicht. Nehmen wir mal ganz kurz zwei Seile. Dann baue ich mir noch ein bisschen Knochenrüstung. Weil sonst die spawnen ja die Knochen da draußen umsonst. Das wollen wir ja nicht. Ach ja. Aber dann machen wir uns gleich auf und gucken uns das mal an. Es wird ja eh eine längere Reise, weil wir müssen ja auf die andere Seite der Insel gehen. Wir machen das ja ganz entspannt. So. Gut. Dann sage ich ihm gleich, dass er nicht jetzt pennen. Da ist wieder einer. Alles gut bei dir? Das Geländer, da kümmern wir uns drum. Keine Sorge. Jetzt werde ich noch mal speichern. So. Schlafen. Alles hat geklappt. Glaubst du ja gar nicht. Was? Ich quatsche ihn mal an, dass er nicht mehr sammeln soll, weil sonst läuft er uns wieder auf die andere Seite. Das ist zwar lustig, aber er ist halt dann eine ganze Weile nicht da. Oder Ach komm, der kann auch mal ein bisschen gehen. Bewegung schadet ihm nicht. Also, wir machen uns auf. Jetzt wollen wir noch einen Haffen essen können, aber wir holen uns einfach unterwegs was. Ein kleiner Snack. Ein Survival. Und jetzt Richtung Berge. Das ist so der erste Anhaltspunkt. Ich würde sagen, wenn wir bei den Bergen sind, machen wir uns ein kleines Lager, braten uns erstmal das Fleisch, machen kurz Pause und dann beginnt der Aufstieg. auch mega cool hier. Ach, trinken können wir doch mal, oder? Dann bin ich ja mal gespannt, was uns da erwartet. Also, ich hätte schon gerne ein bisschen Erklärung. Das Ende wird es ja wohl nicht sein. Ja, die wollen ja noch mehr einfügen. Und dann gibt es ja auch noch die neue Höhle. Die ist ja auch noch irgendwo. Das heißt, mindestens zwei Orte, die wir erkunden können, haben wir jetzt noch vor uns. Die sollte man nicht essen, die Heckenkirschen. Ich denke, die sind giftig. Ich weiß gar nicht, wie bin ich denn ein letztes Mal hingekommen? Ich bin, glaube ich, auch einfach geradeaus über den Berg gelaufen. Virginia ist zu Hause geblieben, ist aber auch besser so. Weil die werden wir da drüben verlieren, ey. Na, das muss nicht sein. Und sehen wir jetzt auch nochmal ein bisschen was von der Karte. Nochmal so ein bisschen einfach erkunden hier. Und das Schöne ist halt, wo wir jetzt hier gerade durchlaufen, da haben wir halt nichts gesehen. Wir gehen ja wirklich schnurstracks geradeaus durch hier. In dem Bereich. Der Wasserfall hier. Auch wieder so schön da oben schön flach. Da könnte man super bauen. Boah, da müssen wir hoch, ne? Und dann haben wir erstmal die Hälfte der Strecke. Hier auch perfekt, um da was hinzubauen. Es ist so gut. Es ist so friedlich hier. Einfach nur krass. Einfach nur krass. Oder habe ich noch was zu essen dabei? Können wir mal gucken. Okay, dann hauen wir uns das mal rein. Ja, diese Würfel. Weiß ja nicht. Und so begann der Aufstieg. Da drüben ist der grüne Punkt, zu dem wir wollen. Das könnte noch einen Moment dauern. Aber wir haben ja Zeit. Aber diese Spuren im Schnee, ne? Weil man den Schnee halt jetzt so selten sieht, weil die Zeit so nicht mehr, also nicht mehr so schnell vergeht wie vorher, weil wir haben es ja länger gestellt. Das ist einfach schon wieder was ganz Besonderes. Ich hatte es schon wieder ein bisschen vergessen. Leicht verdrängt. Boah, im Leben komme ich da nicht hoch. Wie haben wir das so ein letztes Mal gemacht? Da bin ich auch wirklich, ich glaube hier rechts bin ich hoch. Da haben wir jetzt ein bisschen was vor uns. Diese Insel ist so gigantisch. Das ist halt, dass man könnte hier zu 10, zu 20 spielen und man würde sich nie sehen, wenn man nicht wollte. Runter dann mit dem Schlitten auf jeden Fall. Haben wir letztes Mal auch gemacht. Ich weiß nicht, wie ich es überlebt habe, aber wir haben es gemacht. Ich versuche jetzt einfach mal hier hochzukommen. Ich weiß nicht, ob es zu steil wird. Kann sein. Es ist sehr windig hier auf dem Berg. Aber dann wird auch gleich ein bisschen kälter, wenn man es sieht. Mal kurz die Map checken. Wir sind halt noch am Anfang. Oh Mann ey. Hier ist kalt. Ja, sehr gut. Das ist ja sehr einladend. Ich kann immer mal ein UV-Feuerzeug rausholen. Vielleicht wird es ein bisschen wärmer. Da komme ich nicht hoch. Im Leben nicht. Never ever. Wie bin ich ein letztes Mal auf diesen Berg hochgekommen? Andere Klamotten ist eine gute Idee. Wir haben noch den Anzug hier. Taktische Jacke. Winterjacke. Na? Hallo. Ich glaube, ich bin tot. Ich bin erfroren. Jetzt guck dich doch um. Hä? Bist du dumm? Ich kann nicht nach da unten gucken. Es geht nicht. Jetzt kann ich auch nichts mehr auswählen. Ist mein Spiel verpackt? Oh nein. So, das geht noch. Jetzt wieder. Okay. Ja, das hat ein bisschen geholfen. Dankeschön. Da hat sich niemand dran gedacht. Ich wäre hier elendig erfroren. Und jetzt ist hier unsere Reise auch schon wieder zu Ende. Weil man hier nicht hochkommt. das heißt, wir gehen jetzt hier rechts rum und von dort aus weiter. Wolltest du mit Style erfrieren. Ja, die Winterjacke ist schon echt mega gut. Guck an, wie groß diese Insel ist und das ist nur die Hälfte. Nicht mal. Was ist das da vorne für eine gerade Linie? Hier. Da so nach oben. Was ist denn das? Schaut aus wie so ein Flugfeld, oder? Na, oder? Das ist kein einfacher Schatten. Das ist eine richtige Schneise, auf der keine Bäume stehen. Aber das hätten wir doch safe schon mal gesehen, oder? Also, das schaut für mich hart nach Flugfeld aus. So, wirklich Flugzeuge landen. Wir haben ja auch schon drüber geredet, dass hier keine schweren Gerätschaften unterwegs sind, oder halt rumstehen. Also, irgendwelche Bagger oder Tunnelbohrer und sowas. Das könnte einfach dran liegen, dass der Bau schon abgeschlossen ist, denke ich mal. Weil ich meine, die ganzen Einrichtungen, die wir gesehen haben, die waren ja auch schon bewohnt. Also, wahrscheinlich ist das einfach schon wieder alles abtransportiert worden. Nehme ich jetzt mal an.